Mar fand einen Beschützer. Ich sagte, du gehst mit. Einen, der einen Mann aus mir machen sollte. Sieh einer an. Harry Power? Der Mann der Mythos, die Legende? Ich war noch ein Kind. Los, verpiss dich. Und doch befand ich mich schon unaufhaltsam auf dem Weg, der Mann zu werden, der ich einmal sein sollte. Den Ruf meiner Mutter stets in meinem Ohr. Geh und zeig der Welt, was in dir steckt. Ziel schon, verdammt nochmal! Bist du hier, um Mörder aus dem Burschen zu machen, Kumpel? Der Moment, als er mir befahl, anzudrücken. War der Einzige, in dem Harry Power je ehrlich zu mir war. Ein Sohn der Schande, bist du Junge. Und dennoch werde ich in jeder Zeitung, die gedruckt wird, als der finsterste, kaltblütigste Mörder bezeichnet, den es je gab. Mein Mann kann seinem Schicksal genauso wenig davonlaufen wie den Verbrechen aus seiner Vergangenheit. Und deshalb haben wir jetzt ein kleines Problem. Leg das Ding weg. Erschießt das Arschloch endlich! Ich war ein Held.